Musik Da stehen die Kinder einer rechts und einer links eine Reihe und dann gehen Kinder einzeln durch und die Kinder rechts und links sagen dann was Nettes zu denen. Zum Beispiel, danke, dass du mein Freund bist, schön, dass du in unserer Klasse bist, schön, dass du da bist. Wir haben letzte Woche auch solche Zettel geschrieben, solche Klebezettel, die haben wir uns dann angepickt und da ist auch etwas Nettes draufgestanden. Musik Ja, in Sport bin ich gut, in Mathe ein bisschen Fußball sagen meine Freunde oft oder Völkerball. Meine Mama sagt, ich kann gut essen, dass ich schnell essen kann, aber auch gut grauen kann. Musik Wenn ich mit meinem Freund zum Beispiel Fußball spiele draußen oder wenn ich bei jemandem schlafen kann oder so. Musik Für meine Eltern und meine Schwester und meine Freunde. Musik 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 ... Vielen Dank.